Da ging es letzte Woche mal wieder heiß her. Wir sind teilweise über die 1.800 US-Dollar-Marke beim Gold gesprungen, wurden dann hier aber von den Bären wieder zurückgekauft und kämpfen jetzt weiterhin hier mit der 1.800-Dollar-Marke. Wie es nächste Woche weitergeht, bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Wir werfen natürlich hier dann nochmal charttechnisch einen Blick, sowohl auf den Silberpreis als auch auf den Goldpreis und schauen uns dann nochmal einzelne Minenaktien, sowohl bei Gold und Silber an. Hier bin ich teilweise dann auch in der letzten Woche eingestiegen, habe aber natürlich auch Stoppkurse hier gesetzt. Fundamental gab es auch sehr, sehr interessante Zahlen, Daten und Fakten in der letzten Woche. Die Hauptnachricht der vergangenen Woche war sicherlich der Rückzug von Bundesbankchef Jens Weidmann. Was das jetzt insgesamt für die Geldpolitik hier zu bedeuten hat und vielleicht dann auch, welche Auswirkungen dies auf den Silber- und Goldpreis haben könnte, das möchte ich natürlich auch in diesem Video mit euch besprechen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen hier bei Business & Politics, dein Kanal für die Sachwertanlage. Und das war wirklich hier die Meldung des Tages. Bundesbankchef Weidmann geht. Späte Abrechnungen mit der Kanzlerin. Viele warme Worte begleiteten den Abgang des scheidenden Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann, doch spiegelt sich darin weniger echtes Bedauern als vielmehr große Erleichterung. Weidmann war hier natürlich auch von vielen, vor allem den südeuropäischen Ländern, hier eher immer als Störenfried angesehen. Warum das so ist, werde ich euch natürlich im Folgenden noch erläutern. Weidmann stand mit seinem klassischen Verständnis von stabilitätsorientierter Geldpolitik Europas Mächtigen permanent auf den Füßen. Von der Rettung ganzer EU-Staaten mithilfe der Notenpresse hielt er ebenso wenig wie vom Marsch in die Transferunion, von Minuszinsen und der Entschuldung, Klammerstaaten durch Geldentwertung, sprich hohe Inflation. All das erleben wir ja derzeit. Und Schatten von Weidmanns Rückzug fällt auch hier auf Merkels Kanzlerschaft. Das war auch der Grund, warum ihn Bundeskanzlerin Merkel nicht zum Nachfolger von Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank machen wollte, in Klammern hier auch und konnte. Als bloßes Feigenblatt aber wollte der heute 53-Jährige, der im EZB-Rat längst hoffnungslos isoliert war, nicht länger herhalten. Es ist gewiss kein Zufall, dass Weidmann noch in Merkels Amtszeit zurücktritt. Der dunkle Schatten seines Rückzugs fällt so auch auf ihre Kanzlerschaft, weil sie als deutsche Regierungschefin der Italienisierung der europäischen Geldpolitik nicht den Widerstand entgegensetzte, den Weidmann von ihr einforderte. Auf den letzten Metern wird die Kanzlerin von den Konsequenzen ihrer allzu gefälligen und ambitionslosen Politik eingeholt, in der Energiepolitik, der Afghanistan-Politik und nun auch in der Europapolitik. Ihr wisst ja vielleicht, dass hier der Herr Weidmann dann teilweise auch in den Medien wurde darüber spekuliert, dass er vielleicht der Nachfolger von Herrn Draghi wird. Allerdings wurde es dann im Endeffekt Frau Lagarde, weil, wie gesagt, viele hier kein Interesse daran hatten, dass hier ein Hardliner, was die Geldpolitik jetzt angeht, wie der Herr Weidmann hier das Zepter übernimmt. Und ja, das war dann eben auch natürlich ein Grund, warum wir hier weiter so eine ultralockere Geldpolitik sehen. Deswegen müssen wir uns auch hier immer mit der Politik beschäftigen, weil sobald wir erkennen, welche Pläne hier die Politiker verfolgen, wissen wir auch, wie es mit der Notenbankpolitik weitergeht. Wir wissen, wie die Zinspolitik zukünftig aussieht, die Anleihekaufpolitik aussieht. Und das wiederum wirkt sich ja wieder auf den Gold- und Silberpreis aus. Deswegen ist es ganz wichtig, hier sich mit der politischen Seite natürlich auch auseinanderzusetzen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den möchte ich euch hier mal aus meinem Buch vorlesen, was ich hier wie immer in der Beschreibung unten anfügen werde. Ein weiterer negativer Faktor für Deutschland, das ist hier nochmal auf den Brexit zu sprechen gekommen, ist der Verlust der Sperrminorität im Europäischen Ministerrat. Diese Sperrminorität liegt bei 35 Prozent, das heißt, dass beispielsweise die nordeuropäischen Länder aufgrund dieser Sperrminorität einen Vorschlag der südeuropäischen Länder ablehnen können. Diese Regelung ist in dem Vertrag von Lissabon mit aufgenommen worden, um ein Gleichgewicht zwischen den nordeuropäischen und südeuropäischen Ländern zu schaffen. Durch den Brexit geht dieses Gleichgewicht nun verloren, sodass der Norden zukünftig nur noch mit 30 Prozent und der Süden mit 43 Prozent im Ministerrat vertreten sein werden. Folglich hat der Süden zukünftig wesentlich mehr Möglichkeiten, seine finanziellen Forderungen gegenüber dem Norden durchzusetzen. Ja, also das war hier natürlich auch noch ein weiterer Grund, warum der Herr Weidmann hier kaum noch irgendeine Chance hat, seine Stabilitätspolitik hier durchzusetzen. Der Brexit war sozusagen hier der letzte Sargnagel auf diese Stabilitätspolitik, weil, wie gesagt, durch diese Sperrminorität, seitdem die verloren gegangen ist, besteht hier keine Möglichkeit mehr für die nordeuropäischen Länder hier ihren Willen durchzusetzen. Bevor ich weitermache, kurz was in eigener Sache. Ab jetzt ist nämlich für euch endlich die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet. Hier könnt ihr zwischen unterschiedlichen Mitgliedschaftsarten wählen. Diese beginnen mit der Kaffeekasse, durch die ihr einfach mal Danke für meine kostenlose Arbeit sagen könnt und hören bei der Goldmitgliedschaft auf, bei der ihr neben vielen anderen Vorteilen Push-Benachrichtigungen in Echtzeit zu meinen Edelmetall-, Aktien- und Krypto-Käufen bekommt. Weitere Infos zur Kanalmitgliedschaft findet ihr, wenn ihr den Mitglied werden-Button drückt. Wer an meiner Lehr-Videoreihe zum Thema Chart-Technik und Fundamentale Analyse interessiert ist, kann diese über Udemy online bestellen, indem ihr ganz einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder auf den von mir angepinnten Link in den Kommentaren klickt. Hier bekommt ihr in 14 Stunden und 80 Lektionen geballtes Wissen zu den von mir seit Jahren erfolgreich genutzten charttechnischen Instrumenten und wichtigsten fundamentalen Einflussfaktoren auf die Märkte, wobei der Fokus hier ganz klar auf der technischen Analyse liegt. Wer also von euch zukünftig selbst Widerstände, Unterstützung und Chartformationen erkennen möchte und noch ein bisschen tiefer in die Materie der fundamentalen Kennzahlen, wie zum Beispiel der Inflation, dem Leitzins, dem Realsins, den Arbeitsmarktdaten usw. eintauchen möchte, den lade ich herzlich ein, sich diesen Kurs zu bestellen. Als kleinen Bonus habe ich für euch eingerichtet, dass diejenigen, die über den Link in der Videobeschreibung oder den Link bei meinen angepinnten Kommentaren die Videoreihe buchen, meinen Kurs für begrenzte Zeit für 50% Rabatt erhalten. Vielen Dank für euren Support. Und auch der Chef oder der Vorsitzende von der FDP sorgt sich. Lindner ist ja, deswegen habe ich die FDP auch gewählt, hier noch einer der wenigen Parteien, die hier so ein bisschen Stabilität möchte und hier diese komplette Vergemeinschaftung der Schulden und in der wir dann ja schließlich auch für zum Beispiel marode italienische Banken dann mit deutschem Steuergeld haften müssen. Ja, Herr Lindner ist hier noch einer der wenigen, die sich dagegen wehrt. Und deswegen äußert er natürlich hier auch Bedenken nach diesem Weidmann-Rücktritt und warnt vor einem Kurswechsel. Jens Meidmann gibt zum Ende des Jahres seinen Posten als Bundesbankchef ab. FDP-Chef Christian Lindner zufolge könnte das Probleme nach sich ziehen. Lindner hat nach dem überraschenden und angehündigen Rücktritt von Bundesbank-Besedrin Weidmann vor einem Kurswechsel gewarnt. Hier ein Zitat, die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben, sagte Lindner am Wittmoch in Berlin. Dies sei auch wegen der Inflationsrisiken wichtig. Auf die FDP komme eine besondere Verantwortung zu, sagte Lindner, der nach dem Amt des Bundesfinanzministeriums in einer möglichen Ampelkoalition strebt. Hier findet ja gerade hinter den Kulissen ein Wettstreit zwischen Habeck und Lindner statt und jedem, der hier ein bisschen Stabilitätspolitik noch nachhaltig in den nächsten Jahren möchte, der muss wirklich jeden Tag dafür beten, dass hier der Herr Lindner das Amt des Finanzministers bekommt. Wenn der Herr Habeck das bekommt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was dann hier passiert. Seine Partei wolle dafür Sorge tragen, dass auch in Europa der Gedanke der Geldwertstabilität erhalten bleibe. Zuvor hatte Lindner auf Twitter zum Rücktritt Weidmanns geschrieben, hier wieder Zitat, Mit ihm war die Deutsche Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa. Die FDP empfiehlt Deutschland Kontinuität. Weidmann hat da am Mittwoch überraschend angekündigt, ja wie gesagt, sein Amt aus persönlichen Gründen, ja sehr interessant zum Jahresende niederzulegen. Er habe Bundesbankpräsident Weidmann hier um die Entlassung gebeten. Und hier ein Zitat, das lässt auch tief blicken, da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin zur Überzeugung gelandet, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich. Aber jetzt hier viel interessanter gleich folgendes Zitat. In seinen Dankesworten an die Belegschaft verweist Weidmann auf das gemeinsam Erreichte. Das Umfeld, in dem wir operieren, hat sich massiv verändert. Und die Aufgaben der Bundesbank sind gewachsen. Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und zuletzt die Pandemie haben in Politik und Geldpolitik zu Entscheidungen geführt. Jetzt kommt's, die lange nachwirken werden. Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt. Ja, also ihr könnt hier erkennen, dass hier so ein bisschen auch der Frust mitschwingt. Ja, dass einfach sich die Dinge so stark hier verändert, wie wir ihn haben, dass er so seine Vorstellung hier kaum noch durchsetzen kann. Er hier auch den Zugriff auf mögliche Veränderungen verloren hat. Und er hat hier immer versucht, mit einer klaren, stabilitätsorientierten Stimme noch für Stabilität zu sorgen. Aber ich glaube, er hat das jetzt hier einfach aufgegeben. Und auch hier möchte ich nochmal etwas aus meinem Buch vorlesen. Und da hatte ich 2018 schon mal beschrieben, wie hoch hier die Schulden oder die Haftungssumme von der deutschen Bevölkerung ist. Eine Frage ist jetzt noch offen, in welchem Umfang haftet die BRD für die Anleihekäufe der EZB, die mittlerweile bei über 2000 Milliarden Euro liegen? Ja, also das, wie gesagt, das Buch habe ich vor drei Jahren geschrieben. Die Haftungssumme für die Anleihekäufe liegt laut Berechnung von der Welt bei ungefähr 200 Milliarden Euro. Dies liegt an der Tatsache, dass die Länder nur für 20 Prozent der Anleihekäufe haften müssen. Weil die Bundesrepublik Deutschland mit 25 Prozent der größte Anteilseigner der EZB ist, ergibt sich eben diese Haftungssumme von 200 Milliarden Euro. Und trotz der erhöhten Haftung Deutschlands sind bei den Stimmrechten im EZB-Rat alle Länder gleichgestellt. Und dies empfinde ich als ungerecht. Die Gesamtsumme, für die Deutschland durch die Anleihekäufe der EZB, die Target-Salden und den ESM-Haften, liegt mittlerweile bei weit über einer Billion Euro. Und diese Zahl wächst leider täglich an. So kann der deutsche Finanzminister meiner Meinung nach nicht von einer schwarzen Null sprechen, weil in der Berechnung des öffentlichen Haushalts die kontinuierlich steigende Haftungssumme nicht mit einberechnet wird. Also meiner Meinung nach hatten wir in den letzten Jahren überhaupt keine schwarze Null, weil, wie gesagt, die Haftungssumme von Deutschland permanent hier angewachsen ist. Und auch der Herr Weidmann hat ja hier mit angegeben, dass er hier in diesem EZB-Rat da keine Möglichkeit mehr sieht, da seinen Willen durchzusetzen. Ich hatte euch ja auch hier eben vorgelesen. Jeder hat eine Stimme. Das heißt, wir sind genauso stimmberechtigt wie Malta beispielsweise, obwohl wir mit 25 Prozent an der EZB hier beteiligt sind. Also wir haben ja mit die größte Haftungssumme dann natürlich. Und da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, ob ihr das fair findet, dass wir im EZB-Rat genauso ein starkes Stimmberecht wie Malta haben, aber mit einer wesentlich höheren Summe haften müssen. Also das würde mich mal interessieren, wie ihr das hier seht. Ein weiteres Thema, was in der letzten Woche hier aufkam, was in diese ganze Gemengelage natürlich auch mit reinspielt, ist, dass die Polen zukünftig nationales Recht in einzelnen Angelegenheiten vor europäisches Recht stellen möchten. Ich habe noch einen interessanten Artikel, die EZB in der Zwickmühle. Wir sehen jetzt immer mehr Notenbanken auf der Welt überlegen, hier ihre Geldpolitik zu straffen. Nur die EZB oder die Eurozone sind hier in einer Sonderposition. Nur die EZB nicht, weil sie Rücksicht auf die Lage in Südeuropa nehmen muss. Ob die Inflation nur vorübergehend oder doch nachhaltig ist, diese Diskussion kann den Autofahrern egal sein. Die Teuerung und damit die Geldentwertung können sie täglich an den Tankstellenpreisen ablesen. Der Liter Diesel kostet so viel wie noch nie. Der Benzinpreis steht kurz vor einem Rekord. Zusammen mit den gestiegenen Preisen für Gas und Öl wird schnell klar. Der Inflationsschub erfasst die breite Bevölkerung. Alle großen Notenbanken außer die Europäische Zentralbank sind nun im Vorteil, weil sie nicht Rücksicht auf die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interessen in den Ländern einer Währungsunion nehmen müssen. Sie können sich die amerikanische FED oder die Bank of England schon jetzt einer geldpolitischen Straffung widmen, um die Inflationssorgen einzuhegen. Die EZB hofft dagegen weiterhin auf einen vorübergehenden Effekt, der schon bald wieder abklingen möge. Doch sollte das nicht der Fall sein, was die steigenden Rohstoffpreise nahelegen, riskiert die EZB ihre Glaubwürdigkeit im Kampf für die Geldwertstabilität. Das wäre ein Problem, weil das Vertrauen der Bevölkerung für die Notenbanken unerlässig ist. Es geht verloren, wenn sich der Eindruck durchsetzt, die EZB meidet es, die Käufe von Staatsanleihen zu beenden und die Zinsen zu erhöhen, weil es sich die hochverschuldeten Staaten in Südeuropa nicht leisten können. Die EZB muss sich aus dieser Zwickmühle befreien. Und das ist ja das, was ich euch hier schon die ganze Zeit sage, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass bei diesen hochverschuldeten Südländern, wie gesagt, unter den 20 stärksten gemäß des BIP verschuldeten Ländern der Welt waren ja 5 oder 6 Länder aus der EU, habe ich euch ja schon häufiger gezeigt. Und wie das dann funktionieren soll, weiß ich nicht. Deswegen wird das hier sehr, sehr interessant. Die Bank of Inland hat hier nämlich schon Zinserhöhungen zum Beispiel angekündigt. Auch andere Notenbanken schon. Die jüngsten Äußerungen führen der britischen Notenbänke, haben zu einem starken Meinungsumschwung an den Finanzmärkten geführt. Nun erwartet eine große Mehrheit schon bald eine Anhebung des Leitzinses, der seit März 2020 beim Rekordtief von 0,1 steht. Und ja, also das heißt, ihr könnt hier deutlich erkennen, nach den Zinssätzen am Terminmarkt erwarten nun etwa 90% der Anleger, dass die Bank of England schon auf ihrer Sitzung am 4. November den Leitzins auf 0,25% erhöht. Und auch die FED erwarten ja die Anleger, dass die schon hier im nächsten Jahr mit Zinsschritten nach oben anfängt. Und das heißt natürlich, alle beginnen hier ihre Zinsen zu erhöhen. Nur Europa hat hier weiterhin massivste Schwierigkeiten. Und das hängt eben mit diesen Tatsachen zusammen, die ich euch hier schon häufiger erläutert habe. Und eine Konsequenz daraus ist jetzt der frustrierte Rückzug von Jens Meitmann, der meiner Meinung nach bedeutet, dass das ganze Spiel jetzt hier weitergeht und weiterhin somit auch die Anlage, die Geldanlage in Sachwerte interessant bleibt. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Das ist ja immer sehr wichtig für unsere gleichen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Minus Inflationsrate ergibt ja hier den Realzins. Und wir sehen, dass wir mittlerweile bei einer Rendite von 1,63 sind. Und das ist natürlich auch eine Tatsache, die den Goldpreis hier weiter belastet, steigende Renditen. Aber ich sehe hier hoffentlich erst mal zwischen 1,75 und 2,0 einer Rendite so erst mal einen Deckel nach oben, sodass es dann hoffentlich hier nicht weiter nach oben geht und dann hoffentlich dann bei weiter hohen Inflationsraten der Goldpreis dann langsam mal anfangen könnte dann zu drehen und nachhaltig endlich mal zu steigen. Wir sehen auch hier beim Dollar sind wir weiter hier ungefähr bei 1,16. Seit dem Mai, wo wir hier noch bei 1,22 waren, ist der Dollar doch im Vergleich zum Euro sehr stark geworden. Und ich glaube, dass das hier auch so weitergehen wird, weil, wie bereits angedeutet, die EZB wesentlich größere Probleme aufgrund der Verschuldung der südeuropäischen Länder haben wird, hier ihre Zinsen mal zu erhöhen im Vergleich zur FED. Deswegen wird der Dollar meiner Meinung nach an Stärke gegenüber dem Euro gewinnen. So, dann kommen wir jetzt hier mal zum Kurs. Und da sehen wir, dass wir hier weiter beim Goldpreis unter der 50-Tage-Linie hier kämpfen. Mit der 50-Tage-Linie kämpfen bei 1.790 Dollar. Das ist hier auch die lila in der Linie, ist ein Triple-Top aus dem Jahr 2011. Das sollten wir auch endlich mal nach oben hin durchstoßen. Aber ganz gut ist, dass wir hier über das 23,6er Retracement von dem kurzfristigen Retracement endlich drüber gelaufen sind. Dieses kurzfristige Retracement hatte ich hier von dem Tief bei 1.680 bis zum Allzeithoch gezogen. Und ein besonderes wichtiges Retracement ist das 38,2er Retracement. Da sehen wir, ist der Kurs schon mehrfach hier wieder zurückgelaufen. Und das hatte ich euch auch schon häufiger gesagt, dass ich das hier als den Schlüssel sehe. Das sage ich euch schon seit Monaten sogar. 1.835. Wenn wir die nach oben nehmen, da rechne ich dann mit weiteren starken Goldzuwächsen im Preis. Da könnte man vielleicht hier auch eine Order reinsetzen, dass sobald wir hier auf Tagesschlussbasis durchbrechen, dass man hier dann eine Order sich eingesetzt hat, damit man hier schon einen schönen Kursgewinnen profitiert. Solange wir das eben nicht schaffen, bleibt alles hier in einem neutralen, spekulativen Bereich. Natürlich kann man hier immer mal wieder einen Einstieg wagen. Aber ob das dann auch nachhaltig ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich arbeite hier weiterhin dann nur mit Stopp-Kursen. Auch wenn man hier mal so einen Abwärtstrendkanal zieht, dann könnt ihr das hier auch noch sehen. Hier sind wir in die Nähe von dem Trendkanal, Abwärtstrend herangelaufen. Hier einmal angestoßen, hier einmal angestoßen. Jetzt sind wir hier auch nochmal angestoßen. Also im Moment zeigt der Trend hier noch nach unten. Und hier sehen wir eine horizontale Unterstützung, die hier so zwischen 1.750 und 1.680 ist. Wenn wir diese horizontale Unterstützung dann nach unten durchbrechen, was durchaus sein kann, weil das dann hier im Endeffekt dann eher so ein absteigendes Dreieck dann ist, dann könnten wir hier auch dann nochmal Kurse von 1.500 vielleicht sogar sehen. Hier in diesem Bereich 1.560 bis 1.500 könnte es dann hier nochmal runtergehen. Also es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Ich arbeite weiterhin hier nur mit Stopp-Kursen, bin aber jetzt auch mal hier in Minenaktien reingegangen. Hatte ich euch ja letzte Woche schon erzählt. Bei Neumann hatte ich hier bei um die 54 mal einen Einstieg gewagt. Ich werde aber wieder rausgehen, wenn wir hier die 50-Tage-Linie durchbrechen nach unten hin. Das heißt hier so bei 55,7 würde ich dann hier wieder aus dem Kurs aussteigen. Nach oben hin ist hier ein ziemlich starker Widerstand bei 60 Dollar. Dann schauen wir uns hier nochmal Barrick an. Auch hier bin ich jetzt mal eingestiegen. Ja, ungefähr bei 16,5. Und man kann hier auch einen wunderschönen Stopp-Kurs setzen. Hier unter dieser lilanen Linie, die ich hier eingezeichnet habe, beziehungsweise der 200-Tage-Linie auf Wochenchart-Basis. Die ist hier bei 15,3. Könnte man dann hier einen Stopp setzen. Beim Tag sieht man auch sehr schön hier die 50-Tage-Linie. Diejenigen, die ihren Stopp nicht so weit unten setzen möchten, können hier auch ihren Stopp bei 16,1 setzen. Dann hat man hier dann nicht so große Verluste, falls man hier ausgestoppt wird. Wichtig wäre es, wenn wir auf Tageschart-Basis über die 200-Tage-Linie bei 17,3 laufen. Dann beim Silberpreis sieht es ein bisschen besser aus. Hier haben wir so eine Art inverse Schulter-Kopf-Schulter ausgebildet. Und wir sind jetzt hier auch über die 50-Tage-Linie gelaufen. Und wichtig wäre es dann auch, dass wir hier natürlich weiter nach oben laufen. Und hier über die 200-Tage-Linie auf Tageschart-Basis. Das wäre bei 25,5. Ein Tagesschlusskurs hierüber wäre ein sehr bullisches Signal. Aber hier zeichnet sich doch auch ein ganz zarthafter Trendwechsel an. Wir sehen hier so einen Abwärtstrend, den wir hier hatten. Also einmal angestoßen, zweimal angestoßen. Und jetzt sind wir hier mal durchgebrochen. Und wäre schön, wenn wir jetzt hier weiter nach oben laufen. Stoppkurse könnte man unter der 50-Tage-Linie bei 23,2 setzen. Beziehungsweise unter dem 38,2 Retracement bei 22,3. Auch hier bin ich ja mit meinen Kanalmitgliedern hier bei 22,2 in etwa eingestiegen. So, dann habe ich auch hier bei First Majestic Silver, könnte man auch natürlich zugreifen. Wir sehen hier einen horizontalen Widerstand bei 11,2. Da sind wir jetzt leider wieder nach unten abgetaucht. Ihr seht hier diesen langen Docht nach oben. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich spärisches Zeichen. Wichtig wäre, wenn wir hier auch über der 50-Tage-Linie bleiben. Auch hier könnte man einen Stopp bei 10,2 Euro setzen. Dann schauen wir uns hier noch Fresnillo an. Auch ein Silberminenproduzent. Und da könnte man hier natürlich auch einen Stopp unter der 200-Tage-Linie setzen. So bei 10,1. Ja, oder auch hier ist auch eine horizontale Unterstützungstone, das 50er Retracement. Auch hier könnte man bei 9,9 einen Stopp noch setzen. Ja, also Fresnillo sieht hier gar nicht so schlecht aus. Besser als die First Majestic Aktie jetzt hier vom Chart her. So, wenn ihr euch dieses Video einen Mehrwert geliefert habt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Lasst ein Like da. Mein Name ist Finn Bartels und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.